Zurück! Egal, tretet es wieder ins Loch zurück! Zahl, Entschuldigung! Strik mal! Lauf, f ROK! Bist es auch für das! Zit klicken! Ich bin der Weg! Er wird schlafen! Schießt auf die Wurz! Er schmuckt gleich! Super, der Große ist erledigt! Groß? Das Ding war so riesig wie ein laufender Flugzeugträger! Gehen wir. Das ist also unser Ziel, ja? Wehe, es gibt keinen Fahrstuhl! Hey, Marcus, kommst du? Als du hier warst mit der Core, was ist da passiert? Dieser Damm hat die letzten Core-Fabriken mit Strom versorgt. Ich war hier, als wir ihn verloren hatten. Eine Rettungsmission. Ein paar Dutzend Gears waren da drin gefangen. Wie hast du sie rausgeholt? Gar nicht. Ich bin nicht fertig. Wie ist das gleich? Wir haben richtig zugesetzt. Okay, suchen wir den Wartungsaufzug. Dem sollten wir schnell hochkommen. Du kennst dich hier wohl bestens aus. Noncons Leben von alten Batterien. Ich habe viele aus Chorkraftwerken rausgeholt. Ich habe viele aus Chorkraftwerken. Da ist der Aufzug. Was für eine Überraschung. Kein Strom. Hm, wenn wir den Hauptstromkreis aufladen können, dann sollten die Hilfsaggregate anspringen. Wir brauchen nur eine funktionsfähige Turbine. Vielleicht funktioniert die letzte ja noch. Na, das Becken ist trocken. Aber vielleicht kann der Wind sie drehen. Na dann los. Da ist unsere Turbine. Aber sie ist arretiert. Wahrscheinlich läuft sie deshalb noch. Warum bewegt sich die Turbine nicht? Seht euch das mal an. Der Schwarm hat alles mit Schleim zugekleistert. Wir müssen das Zeug entfernen. Der Wind treibt sie an. Der Laden läuft. Gehen wir zurück zum Aufzug. Lauf! Scheiße, die sind überall! Scheiße, die sind überall! Scheiße, die sind überall! Ich bin in Ordnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, das war's erst mal. Ich hasse diese Viecher. Achtung, Springer! Wer hat die Granate? Mach das weg! Ach, bin er ledigend! Das war's. Komm schon! Das war's. Alle erwischt. Mal sehen, ob der Aufzug läuft. Hab sie! Wollt ihr mich verarschen? Der Aufzug hat noch immer keinen Saft? Die Schaltkreise haben den Stromstoß nicht vertragen. Wir müssen sie zurücksetzen. Und das heißt, wir müssen uns aufteilen. Generatoren oder Schaltzentrale? Was willst du? Du entscheidest, James. Dann übernehmen Dad und ich die Schaltzentrale. Ihr beide geht runter zu den Generatoren. Also, Kate, was sollen wir hier oben machen? Gebt uns einfach nur Deckung, wenn wir die ersten Generatoren starten. Wie sehen die Generatoren denn aus? Naja, wie riesige Generatoren. Ah! Komm! Ich schreib das. Wie viele ne? Wie viel? Die meisten? Wie viele Menschen? Die Vorhörte. Wie viele Menschen? Ich schaue das, die VORTUNFELUNG. Die VONFELUNG! Wie viele Leute! Wer die Nummer eins! Oh, schau. Jenny, mach es! Der Versteckung! So wird gemacht! Last, Ernie. Hup! Zurück in dein Ei! Pass doch auf! Du bist Geschichte! JD, du musst den Schutzschalter schließen, sonst kommen wir nicht rüber. Da oben sollte ein Schalter sein. Hab ihn! Betätige den Schutzschalter! Gut, und jetzt zu den Generatoren! Danke, haltet uns weiter den Rücken frei. Ihr habt sowieso viel zu bekleben. Gut, Munition. Scheiße, Entwurf! Knallt ihn ab! Warfe, Granate! Gut, Tor neutralisiert! Granate! JD, wir sitzen fest! Such den zweiten Schalter! Bin dabei! Oh, mein Lieber! Zeit, wir alle noch vor! Na super! Schließe zweiten Schutzschalter! Gut, und jetzt zu den Generatoren! Lanji! Ziem stärker! Lanji! 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 Ich hab's. Sollte funktionieren. Kate, warum geht der Strom nicht wieder an? Wird er schon. Wartet nur ein paar Sekunden. Siehst du? Der Damm ist wieder online. Okay, Leute. Sammeln wir uns. Oh, yeah! Hör zurück in dein Nest! Gut, dann wieder zurück zum Aufzug. Passt auf, da kommt dein Zeilen! Ich bin auf der Boden! Ich bin auf der Boden! Schlagger! Werfen, nachden! Schlagger! Schlagger! Eine Kurze in Ordnung! Perfekt. Jetzt gehen wir zurück zum Wartungsaufzug. Ihr habt euch übrigens alle sehr gut geschlagen, gerade. Die Chor hat zumindest euer Training nicht verborgen. Zu dir wär ich gleich gekommen. Hat dir den Vater beigebracht, so zu kämpfen? Meine Mom. Und mein Onkel. Oskar. Er war auch ein Gear, wie du. Haben wir Schnau erwischt? Ja. Ja, genau. Tut mir leid, das zu hören. Wenigstens ist der Strom zurück. Hoffentlich lässt der Wind nicht nach. Ja, das sollte kein Problem sein. Oh, na endlich! Der Aufzug hat wieder Saft! Los jetzt! Okay, nächster Halt direkt auf dem Damm. Sehen wir mal, womit wir es zu tun haben. Oh Gott! Verdammt nochmal, Mann! Das gibt's doch nicht! Oh, das ist nicht gut. Kommt schon. Kommt schon. Wir gehen zu Fuß. Okay, sieht so aus, als wären wir auf halber Strecke nach oben. Versuchen wir, hier nichts anzufassen. Oh Scheiße, was jetzt? Komm rein! Warum sagst du sowas? Was? Träger! Jetzt muss ich leicht! Oh Scheiße! Ich komm zu dir! Herzbecken! Geh! Oh, gut! Oh! Oh! Oh, gut! Geh! Oh! Oh! Eher wird platzen! Ah! Ah! Okay, sieht so aus, als wären wir auf halber Strecke nach oben. Versuchen wir, hier nichts anzufassen. Oh scheiße, was jetzt? Komm rein! Warum sagst du sowas? Träger! Wir sind zurück in dein Ei! Wir sind zurück in dein Ei! Der Schuh bleibt! Was ist das? Er schmuckt gleich! Sehr klar! Ja! Der Fuss bleibt! Ich muss nicht mehr schießen! Das war's für heute. Okay, wir müssen einen anderen Weg hochfinden. Ja, und das heißt, wir müssen nach draußen. Na klar, das Wetter wird garantiert mitspielen. Das war übrigens sarkastisch gemeint. Das war's. Wenn wir raus müssen, scheint das hier der beste Ort zu sein. Die Tür ist doppelt verriegelt. Zwei Schalter. Und wie machen wir das? Wir müssen sie anhalten, dann können wir rüber. Wie machen wir das? Wir müssen sie anhalten, dann können wir rüber. Gehen wir, Leute. Das war einfach. Gut. Wir müssen das wiederholen. Mehr Drohnen! Du bist Geschichte! Der Kungsfreier! In der! Neeeee! Der Kungsfreier! Der Kungsfreier! Der Kungsfreier! Der Kungsfreier! Dafür Granate! Alles klar, die sind erledigt. Mann, bist du... Es muss doch einen einfacheren Weg auf die Dammkrone geben. Ja, gab es. Nennte sich Aufzug. Na, richtig. Gehen wir durch die Tür. Gut, Munition. Komm schon, du bescheuertes Scheißstück!